und ein hallo von mir zusammen ich habe heute gedacht ich mache mal ein kurzes update video da ich am wochenende die kunststoffpulisse ausgetauscht habe jetzt sind überall alu habe die einstellungen gemacht und da kommt mein problem ich habe die einstellungen alle durch das es nicht anders ging im replicator 3 gemacht dort läuft es eigentlich super auch die genauigkeit der drucke ist ziemlich genau das problem ist im normalfall da ich mit dem surface schaffe also arbeite benutze ich den makerbot desktop es läuft ein bisschen besser jetzt aber mein riesen problem die einstellungen die ich gemacht habe die sind in replicator also die ich gemacht habe in replicator g die sind wohl im makerbot desktop verfügbar aber wenn ich dann den festwürfel ausdrucken möchte der 20 x 20 x 5 millimeter mit akzeptiert er mir das nicht er druckt auch von der grösse her als ob ich gar nichts gemacht hätte aber ich hoffe dass ich das in kürzester zeit beheben kann ja das war es eigentlich von diesem kleinen update war ein schnellstuch könnte man sagen ich hoffe ich bringe es hin wenn ja werde ich euch übermitteln wenn nicht auch natürlich kann ja nicht immer alles super laufen dann wünsche ich euch einen schönen tag oder abend je nachdem um welche zeit ihr dieses video seht und bis auf ein nächstes mal ciao miteinander so so Bis zum nächsten Mal.